Okay, Action 52, Spiel Nummer 2, Star Evil So, ja, ich weh's aus. Star Evil, oder Star Evil, naja. Also, dieses Spiel hat natürlich gleich am Anfang eine blöde Designentscheidung, eine wirklich blöde Designentscheidung. Man stirbt ganz gerne. Ich zeig einfach mal, um was es geht. Ups. Ja. Aha. Game over. Ja, so schnell geht das. Also, sofort nach links lenken. Immer dran denken, sofort nach links lenken bei diesem Spiel. Und ballern, 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 ballern. Grafisch sieht's mal wieder richtig, richtig bunt und bescheuert aus. Äh, die Gegner können durch Wände fliegen. Wunderschön. Man schießt mit Ohren, äh, mit Ohren, Ohrenstöpfen, mit Wattestäbchen. Also, ich kämpfe im Universum gegen den Ohrendreck, den Ohrenschmalz des Universums. Was weiß ich. Ach ja, wenn ich zu schnell schieße, erscheinen keine Gegner mehr. Und hier ist der Endgegner. Ein flimmeriges Irgendwas mit, oh, ah, der durchwändig fliegen kann. Wie alles hier. Bis auf ich. Oh, danke, das war knapp. Ähm. Hoffentlich kommt es, ja. Und tot. Nein, ich. Scheiße. Okay. Ja, Level 2 sieht auch nicht besser aus. Ja, manchmal kommt es vor, dass der Endgegner überhaupt nicht erscheint. Und, na doch, dann passiert einfach gar nichts mehr. Man kann nicht weiter. Ah. Ah. Okay. Ja, wenn dann der Endgegner gar nicht erscheint, dann... ...dass man mal wieder einen schönen Reset machen. Sonst fallen mir jetzt spontan keine... ...üah. Ah. Also nochmal. Ah. Okay. Sonst fallen mir jetzt spontan keine Fehler ein. Ich starb hier ein bisschen oft. Aber ballern wir einfach schnell genug. Ich benutze übrigens kein Dauerfeuer. Ich kann das so schnell. Ah. Äh. Ja. Grafik mal wieder eine Katastrophe. Ich finde das eine Katastrophe. Es sieht einfach saublöd aus. Und das ist das NES. Ähm. Da gab es deutlich schöner Routine. Äh. Danke, du Arsch. Danke, du Arsch. Ah. Okay. Äh. Ich habe den Gegner getötet. Ha. Ha. Okay. Naja. Also. Das Design des ganzen Spiels ist da wieder richtig, 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 richtig schön. Komisch. Zivil, blöd. Zivil, blöd. Zivilen. Auf dem ganzen Modul, jedes Spiel praktisch. Ja. Ja. Und jetzt kommt kein Entgegner. Super. Ah. Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Wenigstens sieht man es mal. Es kommt kein Entgegner. Kann ich hier unendlich Gegner töten, wenn sie nicht durch die Wand fliegen würden. Heißt also Reset. Und das reicht. Absolut. Das war Star Evil. Bald kommen wir zum nächsten Spiel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.